Big Blue Dann gehe ich wieder L-Haus Baumhaus Jetzt werden wir noch Backstein haben Das nehme ich Jetzt nicht zwei Leute Niemand hier, jemand geht zum L-Haus glaube ich Ja Einfach unten rein Und dann Ey Gott Wusste ich es doch Ich mach mir dann mal was zum Frühstück Komm mal, guten Appetit Danke Ich hab noch eine zweite Shotgun bei mir Dann viel Glück euch noch Bekommst du da wie noch? Ja Ich weiß nicht ob ich danach noch Zeit habe, aber Denk mal nicht Dann Fickelkirchner Tschau Ja, tschau Das war ein kurzes Gastspiel für ihn Das war ein kurzes Gastspiel für ihn Ich hab noch Minis Dirk Ja, gerne Äh, ich hab selber Minis gefunden Ähm, ich hab noch eine grüne Auto-Shotty abzugeben, wenn du willst Aber ich hab sie Oh, die könnte ich gebrauchen Ich hab noch keine Ja, dann Ich hab hier auch noch einen großen Schildrank bei mir Die nehme ich Garage Äh Liegen Waffen Und großer Schildrank unter der Treppe hier drüben Äh, ne, hier in der Küche Und hier ist auch noch eine grüne Auto-Shotty Lag da keine Pistole in 4 Hier lag doch eine Salve, eine grüne Wo ist denn die hin? Die hab ich gerade genommen Ach so, nein Ne, ne, ne In der Mitte sind zwei, die kommen auf euch zu Ich geh aufs Dach Ja, natürlich Außer auf dem Dachboden ist einer The fuck Jetzt rechts runter oder links? Schüss Hab ihn Komm zu euch Von rechts Zwei Leute Einen hab ich Ja, gut Was? Äh, ich hab noch Minitränke, wer braucht Ich hab Alles klar Alles klar So, wo sind die jetzt? Von der Mitte her? Zeig dich mal nicht so offen Das waren, das waren, das waren die von der Mitte Das war's schon mal was Und äh, hinten auf dem, äh, auf dem grauen Haus in der Ecke ist noch einer Ah, alles klar Bei dem Hunde Hüttenhaus meinst du? Ne, ja Auf dem Nordosten Ist hinten runtergelaufen Ja, hinterm Eiswagen Ja, hinterm Eiswagen Ja, hinterm Eiswagen Schießt in die Luft und schießt in die Luft Und schießt in die Luft, oder? Äh Naja, das nächste Mal Einfach gar nicht schießen Okay, okay Das sind weg Äh, in der Situation halt Einfach Oh, ist echt ungewohnt Ich hab grad meine Steuerungen gestellt Ist echt ungewohnt, äh Äh Also, nur in Bezug jetzt auf Norddense Granate Logischerweise Ich hab nen Chuck Truck im Zweifel 2 Oh, das ist schon mal nice Airdrop Wo ist er? Ich seh nicht, wo ist der? Denk mal hinterm Berg auf Osten Na, ich lauf mal in die Richtung Da ist eh noch hinten ein Schwein, den wir looten können Äh, 192 an der Tankstelle Hab ich grad Bissens eingesehen Läuft der Clashen, oder läuft der? Ne, er ist noch an der Tankstelle Ja, ihr seid aber in der anderen Richtung Also Ihr könnt euch drum kümmern, aber ich komm jetzt nicht zu euch Naja, wenn er zu uns läuft, mach ich Ich seh den Airdrop 60, 75 Da ist, da ist gerade noch eine in die Tankstelle gelaufen Ich weiß nicht, ob das der Typ war Das war der, ist glaub ich nur der eine Ja, läuft raus Lass nach hinten Gut, dass er nicht hier sei Ah, down Sehr schön Gut, das hier nicht hier Das haben wir nur genannt Der ist nur genannt Ja, wollen wir den jetzt liegen lassen, oder zu Dirk, oder? Nur einmal Nur einmal Jawohl In der Nähe, ob hier noch was ist Ob hier noch irgendwo ein Spieler ist What the fuck, warum kann ich da keine Falle platzieren? Der sieht leer aus Der sieht leer aus Ich seh auch Gegner Ja, dann können wir zu Dirk, würde ich sagen Der rennt Richtung Motor Wo ist denn der Goody jetzt hin? Ach, das sehe ich doch Scheint ein Einzelspieler zu sein Ah, fuck Da dürfte kein Schild mehr rum Moin 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 Äh, simpel hier oben ist für dich ein Schildtrank Ich probier den runter zu werfen So, Leute Also, ich hätte hier nochmal ein Chuck Chuck Ich hätte hier ein Ja, eine blaue M4 bei mir Weiß, danke Ja, wir sind noch unterwegs zu dir Dirk Ja, hier beim Motor Du 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 Scheint auch noch nicht gelootet zu sein Hier liegt auch noch Medi-Pack Und so warte mal Äh, unten am Loot Lake sind zwei Simpel Sind bei der kleinen Hütte da unten Ich weiß nicht, schießen oder nicht? Ja, kann schießen Eigentlich wollte ich nicht Ach, der hat auch ein Schildtrank Ja, hat auch ein Schildtrank Ist down Down Im ersten hast du gleich mit dem ersten Schuss getroffen Äh, ne, zweiter, zweiter war das wie lange braucht ihr ungefähr sind durch ich sag mal so ganz besondere sachen liegen hier nicht grüne m4 ist noch und blablabla ich würde halt gern noch den airdrop abtreiben ja der war auf 60 75 keine ahnung ob der mittlerweile gewöhnt ist aber nicht aber ich dachte wenn ich jetzt einmal am motel bin er auf euch warten muss dann lud ich noch fix das motor also ich habe jetzt ein chuck chuck einstecken und ein mini tränke gleich am kaputten haus vorne liegt die blaue charlie blau m4 und so weiter also bei mir technisch seid ihr fein ich kann noch ich kann ein bisschen shotgun muni gebrauchen platz 2 und 3er kd hat ich habe eine 3er kd kann ich mitspielen da war eben gerade einer da aber das wieder gegangen der kd sollte schon drin sein der kd ja klar arbeitet shotgun ammo und sniper brauchst du dann habe ich dir gedroppt habe ich dir gedroppt jetzt solltest du keine probleme mehr haben mit 40 pump gun schuss wo ist denn diese blöde erfreut wollen wir ja das direkt vor uns ich reserviere mir schon mal raketenwerber also mit die sniper guck ich kann denn die scar haben das sehe ich gar nicht ein ich habe weder auch sniper noch ein rocket launcher haben ja ja ich tausche es auf jeden tag läuft doch also ein mini dann kann ich noch mitnehmen die restlichen zwei kann ich kann ich hab noch ein slot du hast noch ein slot frei jetzt nicht mehr ich habe minis schon dabei gehabt aber kassel hast du noch irgendwas support mäßiges gucken ich habe den ich habe auch noch ein charakter dabei auch du hast auch noch gut ich habe noch ein medikett passiert wo ich sonst alles gut wollte jetzt gerade probleme und mein tag loszuwerden ja die frage ist wo wir hin laufen halt ohne scope ach so habt ihr rockets die frage ist halt wohl gerade so hingehen also eigentlich will ich da gar nicht weiter nach links gehen eigentlich besorgt muss ich nicht sein also ich würde fast zurück gehen noch noch plössend weil solange wir nicht wissen wo die zone sich hin entwickelt durch hier gar nicht so groß auf die weg sommer vom case ist schon nicht ganz so geil läuft das simpel hast du okay bei mir wird da ist gar keine anzeige bei dir da bei mir auch bei mir hat dac an der truck der gequitt ist ich weiß ich habe jetzt drei manchmal sind es noch ein bisschen ja weiß nicht habe ich noch nie gesehen ich brauche ich brauche ich glaube ich glaube auch mal rüber kannst du direkt neben den cook ich sehe einen spieler 150 am anderen ende des bootlegs einer 2 ja ich sehe ich auch war auf südost ok wollen wir hinten zurück auf den berg da war nämlich auch schon leute sehe ich gerade dass eine streppenstufe nach unten gebaut das könnten welche von westen kommen auf uns zu das ding von westen der berg das war ich ja aber ich würde da auf jeden fall auf irgend so ein berg hoch gehen wollen wahrscheinlich das wollen wir hier unten und haben die gegner noch mal die hinter uns ignorieren die ja nach diesen viel zu weit weg das ist mit denn das ist also ich habe keine scope ich kann da nichts machen und ich glaube es hat nur einer von uns ist glaube ich habe auch keine na irgendjemand wollte ich habe mir die gebraucht würde ich halt hier auch auf den berg gehen wollen ruhig die bäume weg dann können die gegner sich nichts daran schleifen hier mit gegner uns gibt es gar nicht auch hier drüben sind treppenstufen tank ist das gebaut aber hier sind hier sind auch treppenstufen aber hast du treppen hier war ich dirk also die habe ich jetzt erst mal dicht gemacht habt ihr die andere seite dicht gemacht sniper schüsse richtung sieht aus im wasser hocken zwei ich sehe es und am blut bei der fabrik sind auch welche machen wir uns einmischen ja schon ist zwei auf dem berg hier weiß ich kann man nicht nur warten das ist in einer naja es war eigentlich der plan ist dort aber jetzt schon gegner vor der nase haben dann kann man auch da ein bisschen was machen die kommen ja close auf mich zu hier lol da ist ich habe es gesehen sehr geil ist eben schon so geil mit dem ding getroffen aus dem los da hat er da hinten hat noch ein hitter hat kein schild mehr okay das da oh vorsicht zone da ist noch einer über den metall ich droppe jetzt mein chuck chuck gegen die scope auch da oben da will gar kein hübschen scheiße ich hätte den chuck chuck nicht ich habe mir mal noch kurz den chuck chuck zurück leider hat mein schild verloren einer ist hier unten down nicht dring mal kurz in chuck chuck ich mache nur noch drei weitere ich mache nur noch drei weitere ich mache nur noch drei weitere wo auch im anderen depot ist tot 2 ich habe ein launchpad was ich hier sehen oh den sniper hole ich mir doch gerne äh 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 okay die sniper wird mir auf dem slot nicht angezeigt also da unten ist noch so eine holzkonstruktion ist da steckt sind wir jetzt in der mittel vor blut lake oder wo da hinten 60 habe ich gerade einen hinter dem der kleinen insel in der mitte gesehen wollen wir da mit dem jumppad hin ich würde da hinflattern das kann sein dass der in dieses kleine häuschen da reingegangen ist oder als kämmt das ist 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 das ist